Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Kapitän-Skillung. Heute haben wir hier den Azulain-Kapitän Dunkirk am Start. Es handelt sich um einen französischen Schlachtschiff-Kapitän, der natürlich nicht nur für die Dunkirk geeignet ist, sondern für alle französischen Schlachtschiffe. Als Basisfähigkeit haben wir einmal das Schleusentor, reduziert den Schaden durch Wassereinbrüche an ihrem Schiff und gleich mal vorneweg. Ich finde diesen Skill persönlich einfach nicht gut. Es ist halt einfach so, dieser Skill ist halt wirklich sehr, sehr situationsabhängig, weil man muss sich jetzt ja halt erstmal das Szenario quasi ausrechnen, wann dieser Skill nützlich sein würde. Das heißt, wenn man natürlich einen Wassereinbruch hat, den man halt nicht reparieren kann und davor müssen halt einfach viele Sachen passiert sein, dass irgendwann diese Situation überhaupt mal kommt. Und ja, ihr müsst halt einmal als erstes, um einen Wassereinbruch quasi kassiert zu haben, müsst ihr natürlich erstmal Torpedos kassiert haben oder natürlich einen Ram, aber das lassen wir mal außen vor. Was bedeutet, ihr habt auf jeden Fall schon mal Torpedos kassiert, habt auch schon einiges wahrscheinlich an Leben verloren und vorher habt ihr natürlich auch schon gut Schaden bekommen, weil ihr habt ja zusätzlich das Schadensbegrenzungsteam nicht verfügbar, weil ihr könnt halt diesen Wassereinbruch nicht reparieren. Das heißt, ihr müsst ja vorher entweder mehr Torpedos schon gekriegt haben oder quasi mehrfach gebrannt haben. Also ihr habt halt auch schon gut Leben verloren und es sieht halt eh schon schlecht für euch aus, sage ich mal. Und wenn ihr denn quasi einen permanenten Wassereinbruch habt, dann reduziert ihr den Schaden minimal. Aber wenn ihr wirklich schon diese Probleme, die ich gerade aufgezählt habe, Torpedos kassiert, wenn ihr wirklich unter Fokus Feuer wart, euer Schadensbegrenzungsteam nicht ready habt, denn halt nur minimal einfach diesen massiven Wassereinbruchschaden zu reduzieren, ist meiner Meinung nach halt einfach nicht nützlich. Das ist halt einfach so. Aber wir schauen uns natürlich mal die Skillung an, was wir dort Schönes haben. Wir haben in der ersten Reihe Flambierter, Kanonier, verbessert die Reichweite und Präzision der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes gegen ein erhöhtes Risiko in Brand zu geraten. Dieser Skill ist auf jeden Fall ziemlich nützlich, speziell auf den höheren Stufen, wo gar nicht so viele HE-Spanmer unterwegs sind, wo viele Schlachtschiffe in den Runden sind. Dort ist das Risiko eines Brandes zwar natürlich erhöht, aber es ist halt nicht ganz so schlimm. Auf den niedrigeren Stufen da ist es halt schon ein bisschen schlimmer, wo noch sehr viele Kreuzer fahren zum Beispiel. Also Flambierter kann man hier auf jeden Fall ein Skill, den man gut nehmen kann. Ist natürlich wirklich angenehm. Mehr Reichweite, noch bessere Genauigkeit. Das ist natürlich brutal für ein Schlachtschiff. Alternativ hätten wir noch Streithammel, Verbessert die Torpedo-Ortung und verringert die Ladezeit der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten einer Reduzierung der maximalen Feuerreichweite. Was natürlich auch ziemlich nett ist, gerade wenn ihr mit einigen französischen Schlachtschiffen nach vorne fahrt, wie zum Beispiel der Dunkirk oder der Richelieu oder den John Barth, die wirklich vorne ihre Hauptbewaffnung haben. Dort ist Streithammel meiner Meinung nach schon ziemlich gut, weil ihr fahrt halt eh ein bisschen dichter ran, um wirklich quasi eure volle Feuerpower ein bisschen an den Gegner ranzubringen. Und dort würde ich wahrscheinlich Streithammel nutzen. Bei den Schiffen wie Lyon oder, oder, oder würde ich wahrscheinlich eher Flambierter kanonieren nutzen. Wobei ihr könnt auf jeden Fall auch Flambierter kanonieren. Natürlich bei den Schiffen, die vorne ihre Hauptbewaffnung haben, also Dunkirk oder John Barth oder Richelieu. Dort ist natürlich auch Flambierter kanonier super, weil ihr einfach die bessere Präzision habt. Bloß Streithammel würde ich, wenn denn, halt nur bei diesen drei einsetzen. Ist an sich nicht schlecht, aber ich tendiere hier dennoch zu Flambierter kanonier. In der zweiten Reihe haben wir einmal Rotierende Bohrer erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze und den Schaden der AP-Granaten ihres Schlachtschiffes auf Kosten der Höchstgeschwindigkeit. Was auf jeden Fall auch ganz nett ist. Ein bisschen mehr AP-Granatenschaden ist nice, ein bisschen bessere Turmdrehgeschwindigkeit ist nice. Allerdings verliert ihr halt 7%, was wirklich schon nicht ohne ist. Von der Höchstgeschwindigkeit und dort seid ihr natürlich dann auch anfälliger gegenüber dem gegnerischen Beschuss. Egal ob es die Hop-Batterie ist oder Torpedos. Ihr seid halt einfach ein bisschen leichter zu treffen, wenn ihr halt nicht in Bewegung seid, beziehungsweise weniger in Bewegung seid. Daher ist schon ein ganz netter Skill, aber hat halt auch einen kleinen Negativpunkt. Alternativ hätten wir noch Stachelschwein erhöht die Reichweite, Präzision und Treffgenauigkeit der Sekundärbatterie. Das würde ich bei französischen Schlachtschiffen eigentlich nicht nutzen. Diese haben einfach nicht die beste Sekundärgeschütze und das würde sich meiner Meinung nach nicht lohnen. Und als drittes hätten wir nochmal einen Brandneuen Skill. Dort haben wir frontaler Beschuss, wechselt den Munitionstyp fast augenblicklich, wenn alle Hop-Batteriegeschütze geladen sind, reduziert aber den Schaden der Hop-Batterie. Ein wirklich sehr, sehr interessanter neuer Skill hier, den wir bekommen haben. Auf den niedrigen Stufen, wie zum Beispiel jetzt bei mir auf Stufe 6, da kann ich euch schon sagen, dass sich das nicht lohnt, weil wir bekommen jetzt hier nur 25% der Dauer für den Wechsel des Granatentyps runter. Aber ihr seht schon, wenn dieser Kapitän quasi Stufe 7 wäre, wären es schon 50%. Ich vermute mal, danach wird es dann nochmal 75% und vielleicht 100% geben oder 99%. Weil hier steht ja fast augenblicklich, ich weiß nicht, ob das denn 100% oder 99% sind. Aber das ist natürlich schon brutal. Ihr könnt halt einfach, sobald ihr geladen habt, könnt ihr instant entscheiden, ob ihr AP oder HE schießen wollt. Und das kann natürlich wirklich in einigen Situationen, speziell wenn zum Beispiel ein Zerstörer vor euch aufgeht, richtig, richtig nützlich sein. Also wirklich ein sehr, sehr starker Skill meiner Meinung nach. Wobei ich diesen Skill halt wirklich gerne zum Beispiel bei den britischen Schlachtschiffen aktiv hätte. Das wäre nämlich wirklich super. Diese haben ja wirklich eine richtig starke HE und AP. Und dort wäre dieser Skill halt verdammt geil. Bei den französischen Schlachtschiffen ist es aber auch wirklich gut. Speziell wenn ein Schlachtschiff anwinkelt oder wenn ein Kreuzer auf einmal Breitseite rauskommt, zack, nach AP wechseln, instant. Aber wie gesagt, das lohnt sich dann halt wirklich nur auf den Stufen, wenn dieser Kapitän sehr, sehr hoch ist. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich rotierender Bohrer nehmen, wenn euer Kapitän relativ niedrig vom Level ist. Und später würde ich dann quasi auf frontaler Beschuss wechseln. Ihr verliert zwar etwas Schaden der Granaten ihres Schiffes, aber diesen 5% Schaden, den ihr verliert, könnt ihr halt einfach mit dieser perfekten Munitionswahl beim Abschließen halt Wetten machen. Zumindest in den meisten Fällen. Es sei denn, ihr habt halt wirklich nur Leute, die Breitseite fahren und ihr eh nur AP schießt. Oder nur Leute, die nur anwinkeln und ihr eh nur HE schießt. Aber wenn es halt wirklich zu verschiedenen Situationen kommt, dann kann dieser Skill wirklich verdammt stark sein. Dann machen wir weiter in der dritten Reihe. Dort haben wir einmal Größenwahn verringert die Dauer der erhöhten Erkennbarkeit ihres Schlachtschiffes nach Abfeuern der Hopp-Geschütze und beschleunigt deren Ladezeit. Im Gegenzug werden die maximalen Trefferpunkte des Schiffs verringert. Das ist auf jeden Fall auch ein verdammt starker Skill, wie ich finde. Ihr habt einmal die reduzierte Ladezeit, was dazu führt, dass ihr einfach schneller schießen könnt, mehr Schaden machen könnt. Außerdem hat dieser Skill halt auch nochmal was wirklich Defensives. Ihr seid nämlich nach dem Schießen einfach wieder schneller zu, was euch natürlich auch vor den ein oder anderen Gegnerbeschuss bewahren kann. Von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Skill. Allerdings verliert ihr halt ein paar Trefferpunkte, was halt auch nicht ohne ist, sage ich mal. Trefferpunkte ein bisschen runter. Dennoch finde ich diesen Skill wirklich super. Alternativ hätten wir noch den Feuerwehrmann. Verringert das Risiko eines Brandes und reduziert die maximale Zahl der Brände auf 3. Verringert gleichzeitig die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams, aber auch dessen Wirkungsdauer. Dieser Skill an sich ist auch gar nicht so verkehrt. Ihr habt einfach ein reduziertes Risiko eines Brandes. Dafür dann nochmal bessere Schadensbegrenzungsteams. Allerdings verliert ihr leider ein bisschen die Dauer des Schadensbegrenzungsteams, was bedeutet, dass ihr halt wieder früher brennen könnt. Aber noch was oben in den Text drin steht, ihr könnt maximal an 3 Stellen am Schiff brennen. Normalerweise sind das nämlich 4 Stellen. Also auch wirklich ein defensiver, starker Skill, den man auch auf jeden Fall nutzen kann. Und als drittes hätten wir dann noch Treffsicherheit. Erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten einer Verschlechterung der Ruderstellzeit. Dieser Skill ist auf jeden Fall auch super. Die Streuung der Hauptbatterie runter. Das heißt, ihr trefft einfach genauer, besser. Allerdings verliert er ein bisschen Ruderstellzeit. Ist wirklich sehr, sehr schwierig. Hier in der dritten Reihe drei wirklich gute Skills, die auf jeden Fall alle in manchen Situationen am besten sein können. Aber ich gehe hier auf jeden Fall mal mit den Größen wahren. Und dann geht es weiter in der vierten Reihe. Dort haben wir Notfallexperte, verringert die Ladezeit des Verbrauchsmaterials Schadensbegrenzungsteam, aber auch dessen Wirkungsdauer. Diesen Skill finde ich persönlich einfach nicht so gut. Klar ist es zwar ganz nett, die Ladezeit der Schadensbegrenzungsteam ein bisschen zu reduzieren, aber die Dauer des Schadensbegrenzungsteam dann nochmal runterzusetzen, ist halt nicht so cool, weil man einfach schneller wieder brennen kann oder schneller wieder einen Wassereinbruch bekommt, was einfach uncool ist. Und speziell, wenn man auch Feuerwehrmann nutzt, dann hat man das Ganze schon um 60% reduziert. Das heißt, man kann fast unmittelbar nach dem Schadensbegrenzungsteam wieder Feuer fangen oder einen Wassereinbruch kriegen, was halt uncool ist. Außerdem haben wir hier wirklich eine geile Alternative, und zwar den Mechanikermeister. Erhöht die Menge an Trefferpunkten, die durch das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellt wird. Verkürzt seine Ladezeit und fügt weitere Ladungen hinzu. Meiner Meinung nach eins der stärksten Skills, die es hier wirklich gibt. Und Mechanikermeister ist einfach super. Er hilft euch dabei, länger zu überleben. Ihr kriegt halt wirklich eine kürzere Ladezeit der Reparaturmannschaft. Ihr kriegt mehr Trefferpunkte zurück und könnt dieses Verbrauchsmaterial noch öfter nutzen, was halt noch mehr Lebenunterschied macht. Und das hilft euch wirklich, länger zu überleben, was natürlich auch gut für euer Team ist. Wenn ihr wirklich länger beschossen werdet, länger überlebt, kann euer Team halt nicht beschossen werden. Also sehr, sehr guter Skill, der halt auch für euer Team sehr, sehr nützlich ist. Und dann kommen wir noch zu den legendären Skills. Dort haben wir einmal Weitsicht, erhöht den Erkennungsradius für gegnerische Torpedos, aber verringert die Ladung des Verbrauchsmaterials, Reparaturmannschaft. Diesen Skill persönlich finde ich überhaupt nicht gut. Ich mag den leider gar nicht. Klar ist es zwar ganz nett, die Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos zu erhöhen. Allerdings heißt das ja nicht, dass ihr die Torpedos denn einfach alle dodgen könnt, sondern ihr habt einfach minimal mehr Möglichkeiten auszuweichen, minimal früher einzudrehen. Ob ihr denn überhaupt ein Torpedo mehr ausweichen könnt, wie ohne diesen Skill, ist halt fraglich. Und ich weiß nicht, man kann halt auch wirklich mit Weitsicht, also nicht mit dem Skill, sondern wenn man wirklich das Gefecht gut gerade im Kopf hat, dann kann man wirklich durch gutes Positioning wirklich auch Torpedos meiden und braucht diesen Skill einfach nicht. Und der negative Effekt hier ist einfach krass, dass ihr eine komplette Ladung von der Reparaturmannschaft verliert. Das können halt 10.000 oder mehr im Leben Unterschied sein, was ihr durch diesen Skill hier quasi verliert, den ihr halt quasi nicht hochheilen könnt. Das ist wirklich nicht so mein Skill und wir schauen uns mal die Alternative an. Dort haben wir Scherenlauf, verbessert die Ruderstellzeit und die Drehgeschwindigkeit der Hopp-Batterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten der Treffgenauigkeit. Die ersten zwei Punkte sind natürlich ziemlich nice und ganz nett. Ruderstellzeit besser, Drehgeschwindigkeit besser, allerdings verschlechtert ihr eure Streuung der Hopp-Batterie, was halt einfach dazu führt, dass ihr eventuell halt einen Breitseitenkreuzer zum Beispiel nicht so bestrafen könntet, wie ihr es eigentlich gerne machen würdet. Daher bin ich halt auch bei diesen Skills ein bisschen abgeneigt, diesen zu nehmen. Normalerweise bei den normalen Schlaffschiff-Kapitänen nutze ich halt immer Wilde zum Wiederaufbau. Das harmoniert halt auch gut mit dem Mechanikermeister. Allerdings hat man diesen Skill hier einfach nicht. Und ich würde wahrscheinlich gar keinen von beiden Skills nehmen. Dort müsst ihr nämlich aber auch aufpassen, selbst wenn ihr natürlich den Kapitän auf Legendär habt, 1, 2, 3, 4, dort verbessert ihr ja nochmal die Basisfähigkeit und auch nochmal die Skills hier in den ersten vier Reihen. Wenn ihr dort halt einmal quasi einen legendären Skill von beiden ausgewählt habt, dann könnt ihr diesen Haken halt nicht mehr entfernen. Das heißt, ihr könnt nur noch zwischen dem beiden entscheiden. Aber ich persönlich würde wirklich keinen von beiden gerne haben. Daher würde ich jetzt auch, selbst wenn der Kapitän Legendär 4 wäre, was natürlich nützlich ist, um den Rest zu verbessern, kein Skill unten auswählen. Könnt natürlich auch eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Aber das würde ich auf jeden Fall ja, eventuell gar nicht belegen. Und dann kommen wir noch zu den Inspirationen. Dort würde ich auf jeden Fall den Andrew Cunningham nutzen. Dieser erhöht die Präzision der Hopp-Batterie, was natürlich verdammt geil ist. Und als zweite Inspiration kann ich euch auf jeden Fall den Nubutake Kondo empfehlen. Dieser verbessert die Tarnung ihres Schlachtschirfs. Das hilft euch wirklich in einigen Situationen länger zu überleben, weil ihr wieder zugehen könnt. Gerade wenn ihr sehr früh im Match sehr viel Schaden bekommen habt, habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch zurückzuziehen, eure ganzen Reparaturmannschaften zu nutzen und dann wirklich wieder mit halbem oder fast vollem Leben wieder ins Gefecht zurückkommt. Was natürlich sehr nützlich ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ein bisschen aggressiver gestalten. Dort zum Beispiel den Charles Madden nutzen. Dieser verbessert die Drehgeschwindigkeit der Hopp-Türme und reduziert nochmal die Ladezeit. Das heißt, ihr könnt einfach noch mehr Schaden machen, was natürlich auch sehr, sehr nützlich ist. So, und das soll es mit der Kapitänskillung gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo wäre spitze. Schaut auch in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.